Servus miteinander, der FC Augsburg hat seinen nächsten Dundeeal. Nach Christian Jakic Verpflichtung holt man den nächsten Kroaten tatsächlich. Nedilko Labrovic, über den wir ja auch schon gesprochen haben auf dem Kanal, verstärkt uns auf der Torwart-Position. 2 Millionen plus soll wohl die Ablöse sein. Für einen Torwart, der einen Marktwert mittlerweile von 4,5 Millionen hat, ist das auf jeden Fall kein schlechter Deal. Natürlich stellt sich jetzt die Frage bei vielen FCA-Fans, ist das notwendig, jetzt 2 Millionen wieder für den Keeper zu zahlen. Manche sagen, ach, hätte man nicht machen müssen, für einen Damen hat es doch gar nicht so schlecht gemacht. Lieber dann nochmal einen Backup holen. Die anderen sagen, zwingend notwendig, weil sie mit der Saison von Finn nicht zufrieden waren. Da war doch gerade ein Thema Strafraumbeherrschung, einige Fehler ja doch dabei. Ich bin ganz klar pro diesen Transfer. Ich finde, es ist ein Konkurrenzkampf. Die beiden sollen sich jetzt duellieren um die Nummer 1. Mit Kubek hatten wir einfach keine Nummer 2, die Finn Damen herausfordern konnte. Das hat man auch in den letzten Spielen gesehen. Dafür war er einfach nicht gut genug. Und ja, jetzt kommt jemand. Für den zahlst du halt auch 2 Millionen. Finn kam ja ablösefrei. Und das wird schon ein heißer Ritt. Ich finde, so eine Situation kann nur beide Torhüter stärken. Klar, es ist jetzt so, dass Finn natürlich gekommen ist, um Nummer 1 in der Bundesliga zu sein. Er hat es ja auch erfüllt, seinen Wunsch im ersten Jahr, hat sich durchgesetzt. Und ja, er hatte Top-Leistung. Er hatte sogar einmal einen Monat, wo ich glaube ich Spieler des Monats bei uns war, wo er es überragend gehalten hat. Dann auch ein paar zu Null-Spiele, wo es auch für die Mannschaft besser lief. Aber es fiel halt doch immer wieder auf, das Thema bei Flanken, bei Ecken, dass er da einfach nicht so sicher wird. Wann gehe ich raus und wenn ich rauskomme? Dann hat er auch ein paar Mal, sagen wir mal, an dem Ball vorbeigegriffen. Auch wenn er wirklich klar seine Stärken 1 gegen 1 hat auf der Linie. Da hat er teilweise auch Spiele für uns gerettet. Daher verstehe ich auf jeden Fall die Diskussion. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Seid ihr froh, dass ein Labrovic jetzt kommt? Wie seht ihr das mit dem Konkurrenzkampf? Ich habe selber Fußball gespielt. Ich weiß, wie es ist. Konkurrenz belebt einfach auch die eigene Leistung. Es ist einfach so. Die beiden werden sich pushen, sind wahrscheinlich Torhüter auf Augenhöhe. Irgendwo von dem Standing, das wird ein 50-50-Duell. Veldabrovic ist aber deutlich größer als 1,96 Meter. Hat auch für Kroatien ein Länderspiel gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sich am Ende hier durchsetzt. Bin ich ganz ehrlich. Und ich finde es einfach gut, dass der FCJ den Schritt macht. Und zwei Millionen sind jetzt auch nicht wenig für einen Torwart. Für uns ist erst das zweite Mal, dass wir hier, glaube ich, über eine Million für einen Keeper überhaupt zahlen. Kubik war der erste. Und war jetzt nicht das erfolgreichste Geschäft, würde ich mal sagen, aus unserer Sicht. Hier hoffe ich einfach, dass das ein echt guter ist. Ich habe schon gehört, dass er echt gut im 1 gegen 1 ist und bei halbhohen Bällen. Am Ende werden wir sehen. Ich kann euch zum Keeper selber einfach noch nichts sagen, außer, dass er wirklich vom Marktwert her jetzt zuletzt immer zugelegt hat. Also seitdem, dann blende ich euch mal die Grafik hier ein. Hier sieht man ihn halt nochmal mit Jure, das Bild habe ich euch ja schon gezeigt. Hier. Seit dem 23.12.2021 geht es stetig hoch. Und dann hat er hier am 66. Marktwert von zwei Millionen. Und jetzt ist er ständig geschiegen. Und jetzt auch beim letzten Update hat er nochmal eine Million plus gemacht. Also da wird schon was dran sein an dem Burschen. Der hat schon wahrscheinlich sehr gut gespielt bei Haaren Kareka. Dementsprechend habe ich jetzt einfach Vertrauen. Und Jure wird sicherlich auch in diesem Kroatien-Bosnien-Raum etc. Balkan-Bereich sich gut auskennen und sich dabei was gedacht haben. Auf jeden Fall ist Labrovic jetzt ein FC Augsburg-Spieler, Nedilko. Und ich heiße ihm herzlich willkommen mit 24 Jahren. Auch noch ein Keeper, der sich bessern kann, steigern kann. Und am Ende müssen wir einfach schauen, wie gut er ist. Und möge das trennen und unsere Tor-Position beginnen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung, was ihr von dem Transfer haltet. Gibt sicherlich zwei Meinungen, weil er auch nicht jetzt so günstig war mit zwei Millionen. Aber bei einem Marktwert von vier Millionen. Er muss halt jetzt am Ende einfach auch in der Bundesliga liefern. In diesem Sinne, das war's. Ich freue mich, dass er da ist. Heiß ihn willkommen und ciao, ciao.